Guten Morgen, hau miteinander und willkommen auf meinem Kanal. Ich würde sagen, starten wir den schönen kalten Montag. Wir sind hier in Zürich am Molde holen vom Basketball. Tipptopp, gut gefasst gewesen. Ich war auch dabei, habe Spass gemacht. Aufgeräumt ist auch schon wieder alles, so muss es sein. Jetzt würde ich sagen, lasst wir am Ende los und viel Spass beim Video. Danke und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne kommentieren und liken. Und wenn ihr es noch teilen wollt, sage ich nicht nein. Danke. 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 So, dann würde ich sagen, es sei ein Freitagabend und es haben alle ihre Eltern gewaschen, so wie es muss sein. Ich wünsche euch einen ganz schönen Freitagabend und ein angenehmes Wochenende. Ich hoffe, das Video wird etwas. Wenn ihr eine Anregung habt, gerne in die Kommentare. Und sonst fleissig teilen und liken, würde ich sagen. In dem Sinn, schönen Abend und schönes Weekend!